Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, teilten Maas und Wörner über ihre Anwältin am Mittwoch der Deutschen Presseagentur mit. Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft, hieß es weiter in der gemeinsamen Stellungnahme. Wörner und Maas hatten sich im Frühjahr 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt. Damals war der aus dem Saarland stammende SPD-Politiker Maas-Bundesjustizminister, kurz zuvor war seine Trennung von Ehefrau Corinna öffentlich geworden. Die gebürtige Stuttgarterin Wörner war schon viele Jahre bekannt als Schauspielerin und Model, startete gerade durch mit der ARD-Serie Die Diplomatin. Die Nachricht von der glamourös-politischen Liebe sorgte damals für viel Aufsehen. Doch mit klassischen Pärchen-Auftritten hielten sich die beiden stets zurück. Hin und wieder zeigten sie sich gemeinsam auf dem roten Teppich. Und für die SPD durfte Wörner 2017 den Bundespräsidenten mitwählen. An der Seite ihres Partners und humpelnd mit verletztem Fuß kam Wörner damals in die Bundesversammlung. Über ihr gemeinsames Leben wurde stets wenig bekannt. Beide brachten Kinder aus früheren Beziehungen mit. Maas und seine Ex-Frau Corinna haben zwei gemeinsame Söhne. Wörner hingegen ist weiter regelmäßig im Fernsehen und auf roten Teppichen zu sehen. Zuletzt trat sie dort schon ohne Maas auf. Die Mutter eines Sohnes spielt in der ARD weiter die Diplomatin und die Hauptrolle in der ZDF-Krimi-Reihe unter anderen Umständen. Zuletzt rief sie die Kampagne Hashtag Sicherheim ins Leben, mit der sie sich gegen häusliche Gewalt stark macht. Doch so überraschend und aufsehenerregend damals die Nachricht von der Liebe zwischen Wörner und Maas kam, so still und zurückhaltend nun das Aus. Seit wann die beiden kein Paar mehr sind, wurde nicht bekannt. Und auch zu den Gründen der Trennung gab es keinerlei Informationen. In der Stellungnahme hieß es lediglich, wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben.